Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Gothik. Wir machen uns auf den Weg zum Schiff runter. Ich möchte nämlich ganz gerne wissen, ob da irgendwas ist, wenn ja, was da alles ist und ob ich da irgendwas nützliches finde für mich. Ich sehe jetzt schon ein paar Sachen, die da herumliegen, aber ich weiß halt nicht, ob da noch mehr ist. Nicht so weit hüpfen! Achso, das sind nur die Echsen nochmal mit Kamm, sage ich mal dazu. So, hier ist eine Flasche Wein und noch eine Flasche Bier. Ich finde die Echsen mit Rückenkamm viel cooler eigentlich. So, jetzt gucke ich natürlich nochmal auf dem Schiff rauf. Nicht, dass da irgendwas sein könnte und ich es nachher liegen lasse. Okay, nee, hier ist nichts. Finde ich schon mal gut zu wissen. Ach, verdammt, noch eins. Jetzt komm aber... Wirklich nicht dein Ernst sein. Wie heißen die denn überhaupt? Feuerwaran! Ach du Scheiße, die spucken dann wahrscheinlich Feuer. Also, so like, haha, ich heiße Feuerwaran, deswegen spucke ich jetzt auf Feuer. Könntest du bitte nicht hierher gehen? Hey, KI für 2001. Könntest du dich da bitte verpieseln? Ich möchte an der vorbei rennen. Und dich nicht aufscheuchen dabei. Oh, Mann. Vor allem, ich gehe gleich mal in den Turm da oben rein, auch noch. Das muss ja auch noch eine Möglichkeit da oben geben, irgendwas zu finden. So, ich beeile mich, damit ich nicht die Echsen entzünde. Okay, das war schon wieder so flach. Okay. Gut, die hole ich mir später, die da unten sind. Gerade mal merkt, dass das vier Stück sind, damit ich da nicht unverhofft kommt oft noch etwas finde. Öh, hä. Ja, ja, ich weiß, dass es lustig ist, wenn ich sowas habe, aber hey. Ich finde es nicht so lustig. So, gammelt hier irgendwas ab. Sprich, bin ich hier irgendwie in Gefahr? Nein. Gut. Dann mache ich das wieder mit dem Speichertrick. Weil nicht, wenn ich jetzt in den Turm reingehe, gleich irgendwie das nächste ins Gesicht kriege. Okay, hier ist schon mal nichts. Okay. Ich hoffe, dass wir irgendwas finden. Aber ich will hier nicht... Ach, Mann. Du mich auch spielen. Autsch. Ähm. Hä? Ich hinterfrag's mal gar nicht erst. Aha. Ja. Nein. Okay. Ich bin mal so frei und mach die Tür noch zu. Hä? 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 Weiß ich Bescheid. Das spricht dafür, dass ich hier wahrscheinlich unten in eine Höhle reinkomme. Das ist halt zwar schön und gut, aber ich bin noch nicht stark genug für die Skelette. Das weiß ich so. Schon wieder. Ähm. Hier ist noch eine Brücke. Ach nein, du wirst ja nicht. Bin ich jetzt... Na gut, ich bin an den Wölfen vorbeigekommen, irgendwie. Und die... Und auch wenn die nichts mehr bringen, so gut wie nix. Woll ich sie ja trotzdem beseitigen Leute Oh naja, so gut wie nichts ist ja lächerlich, weil ich kriege ja immerhin noch Fleisch von denen Somit bringen sie ja doch noch irgendwas Ich widerspreche mir gerade selber Das ist total genial natürlich Na, natürlich in den Augenblick Ja, alles klar Ja 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 Geiz. Was soll der Geiz? Ich habe da von 90. Und ganz ehrlich, die zwei Flügel, die ich den Viech da oben ausreißen kann, ist es nicht wert. Gut. Schnapper. Mal sehen, ob die auch so helle sind. Nein, natürlich nicht. Nein! Die waren heller. Die waren heller als ich gerade. Oh, Gottes Willen! Mami, geh nach Hause! Oh, Scheibenfleister. Oh. Oh, Scheibenfleister. Oh, Scheibenflepper. Oh, Scheibenfleister. Oh, Scheibenfleister. Nein! Oh, verdammt. Ach, und ich habe meinen Turm gespeichert zuletzt. Verdammt. Okay, aber hey, das spart mir natürlich viele Ressourcen, die ich jetzt eben verschwendet habe. Oh, Gottes Willen, ist das so ätzend. Aber ihr wisst jetzt, was ich machen will. Ich will da auf jeden Fall die Viecher loswerden. So, gerade mal zumindest. Nicht, dass es wichtig ist, aber hey. So. So, jetzt habe ich alle drei. So, jetzt speichere ich hier. Und... Okay, hier bin ich noch zu weit weg. Okay. 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 Ich verbrauche jetzt erstmal gerade nichts, weil ich eventuell... dass er jetzt so hinkriege. noch... Sollte er mir noch? Schon lange nicht mehr. Okay. Okay. So, Pfeilhackel. Hä? Hä? Warum leben die denn eigentlich wieder, weil ich so blöd bin und die noch nicht so getötet habe? Somit leben die wieder. Oh. Zeichen, Ausrufezeichen. Äh, w-w-w-warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, was jagt er jetzt da? Achso, er jagt nur den Weg hinterher. Ja. Sehr schön. Ja, ich habe recht. Mit meiner Vermutung, dass es ja unter der Brücke war, ist... Hm. Bäh. So, hier kann ich es einfach nur nicht mehr lehnen. Okay, nein, er ist wieder zurück gesetzt worden. Spring doch einfach. Ja. Ist wieder drüben, ne? Ja. Hä? Und das ist natürlich jetzt der hintere Schnapper. Ähm, was ich aber jetzt vorher machen werde, ist einmal mich heilen. Hallo? Okay, das war jetzt gerade seltsam. Mach ich hier mit. Davon habe ich auch schon eine ganz gute Menge wieder angesammelt. Einen Daffer noch und... Einen Apfel. Und ein paar Keulen. So, ich will nämlich endlich wissen, was die Schnapper an EP bringen. Und dann... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Der hintere ist es wieder mal. 220 EP. Ah verdammt, hier ist eine Alpha Wand. Und nicht nur, dass eine Alpha Wand ist, der Schnapper kommt jetzt auch gleich hier hoch. Aber 220 EP, oh Gott, das ist mega. Na, findet er mich jetzt noch oder... ... ... ... ... ... ... ... ... Schnapper... Ich trau dem Spiel gerade alles zu, ne? Ah, der wird doch jetzt nicht den Schnapper da stehen gelassen haben, oder? Okay, hier sehe ich ihn schon mal nicht. Ich sehe, dass da rechts Höhle ist. Gut, ähm. Gut, ich hinterfrag's mal nicht. Aber ich trau dem Spiel, wie ich das ja alles zu, ne? Also, kann man, was da passiert ist, aber irgendwas ist da ja passiert. Wow, ich mach ihm ganz gut Schaden mittlerweile. Hau die mir auf. Alter, okay. Verstehe. Wenn erledigen, dann aber sowas von erledigen. Hab verstanden. Hallo? 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 ja komm scheibenkleister habe ich schon wieder einen fuffkläger los und meine keulen ich muss jetzt gerade massig hoch heilen da kommt schon kann immerhin auch ein bisschen besser laufen manchmal so spiel speichern kurz auf die zeit gucken ist ja auch richtig okay wir haben noch genau fünf minuten das muss ich mir mal ganz kurz merken ja toll also schon wieder etwas eingesteckt weil einfach nicht schnell genug ja wechselt ich weiß nicht warum er nicht schnell genug wechselt das ist halt auch noch so eine sache ne so ja auf den kampf mit denen lasse ich mich jetzt nicht noch mal zusätzlich ein was ich aber jetzt mache ist noch die da drüben wegräumen die ja wieder da sind weil ich ja erst nach hinein gesprayt habe als vorher so So, das ist sehr schön. und was ich dann jetzt in der nächsten Folge mache, ist da mal die Lücke zu überprüfen da drüben würde ich sagen von daher da ich jetzt noch die Folge für Dienstag gerade schneiden und rendern muss würde ich sagen sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder wenn ich das hier überprüfe und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine Woche habt schöne Tage, ich bin raus euer Saus, haut rein und ciao